So, hallo zusammen, hier ist wieder Andy vom eKiwi-Blog. Ich habe hier ein Windows 7 frisch installiert, weil ich etwas ausprobieren musste. Windows 7 wird seit einiger Zeit nicht mehr unterstützt und zwar seit etwa, naja, über vier Jahre. Seit dem 14. Januar 2020 gibt es keinen neuen Updates mehr und man sollte Windows 7 produktiv eigentlich nicht mehr nutzen. Aber es gibt natürlich Szenarien, wo ich das Ganze noch brauche, weil ich vielleicht irgendeine alte Software noch habe, die eben nur unter Windows 7 läuft. Und wenn ich jetzt ein Windows 7 frisch installiert habe, dann macht es natürlich Sinn, die Updates zu installieren. Die es zumindest bis zum Schluss dann eben noch gab. Allerdings gibt es hier ein kleines Problem. Und wenn ich jetzt hier nach Updates suche in diesem frisch installierten Windows 7, dann kommt bloß diese Fehlermeldung mit diesem Fehlercode hier. Und wir wollen uns in dem Video mal anschauen, wie man das Ganze behebt und wie man dann zumindest alle verfügbaren Updates, die es gab, installieren kann. Warum das Ganze nicht geht? Nun, ich vermute einfach, dass irgendwelche Zertifikate da nicht mehr hinterlegt sind. Ich kann zum Beispiel auch im Internet Explorer, ich weiß gar nicht, welche Version das Ganze hier ist, Internet Explorer 8, okay. Also schon sehr, sehr alt und ich kann hier im Prinzip auch keine Webseite mehr aufrufen. Da kommt bloß immer diese Fehlermeldung. Und das wird uns auch gleich so ein bisschen zum Verhängnis werden für die Installation von den Updates, mit dem wir dann das Update wieder gängig machen. Aber da werden wir drumherum schiffen. Also Updates kann ich nicht machen. Ich kann jetzt hier auch nichts herunterladen. Aber ich habe das Ganze hier auch beschrieben in diesem Blogartikel und da findet ihr dann auch die entsprechenden Links. Und zwar folgendes hier. Wir brauchen nämlich folgendes Update hier. Folgendes Update ist notwendig. Und dann kann ich das Ganze, dann läuft das Windows Update im Prinzip wieder unter Windows 7. Ich habe hier den Link reingepackt. Den klicken wir jetzt einfach mal an. Dann öffnet sich hier dieser Update-Katalog. Und man sieht hier verschiedene Update-Pakete. Da gibt es hier das Update-Paket für Windows 7. Einmal für 32-Bit und einmal für 64-Bit. Man sieht, das ist auch gar nicht so groß. Kann man hier herunterladen. Ich packe das Ganze auf einen USB-Stick. Das heißt, ich lade das jetzt hier auf einer anderen PC runter, packe das auf einen USB-Stick und dann binden wir das Ganze dann hier ein. Ich habe das hier, wie in einer Kochshow, schon mal so ein bisschen vorbereitet. Und zwar sieht man jetzt hier diese beiden Dateien. Ich habe die jetzt mal für 64-Bit und 32-Bit heruntergeladen. Und dann versuchen wir das Ganze hier mal zu installieren. Ich binde jetzt hier, ich mache das Ganze hier in VirtualBox, binde ich mal den USB-Stick hier ein. Das dauert jetzt ein paar Sekunden. Und dann können wir das Ganze hier mal drüben zumachen. Da ist es auch schon. Man kann den Ordner jetzt hier öffnen. Und jetzt habe ich jetzt hier mein Update hier. Ich habe jetzt hier die 64-Bit-Variante installiert und starte das Ganze jetzt hier. Und dann sagt er mir, dummerweise, das Update ist für meinen Computer hier nicht geeignet. Hm, blöd gelaufen. Was ist jetzt hier das Problem? Nun, ich habe kein Service Pack 1 für das Windows 7 hier installiert. Wenn ich das Ganze hier mal aufrufe mit WinWare, ja, dann habe ich hier einfach das originale Windows 7 drauf installiert ohne Service Pack 1. Und das ist aber die Voraussetzung für dieses Update hier. Man sieht jetzt hier, ich habe das Ganze hier schon passenderweise schon auf diesem USB-Stick hier drüben. Aber wo bekomme ich das Ganze her? Und zwar von dieser Webseite hier. Also den Link habe ich da auch mit reingepackt. Da gibt es dann hier das Windows Service Pack 1. Auch hier wieder für die normale 32-Bit-Version und die 64-Bit-Version kann man sich dann hier herunterladen. Und ich habe das Ganze dann hier schon auf den USB-Stick gepackt. Ja, ich kopiere das jetzt einfach mal rüber. Ich brauche jetzt hier die 64-Bit-Variante und die schieben wir mal rüber. Gut, ich habe hier mal das Service Pack 1 rüber kopiert und dann noch das Update, was wir dann gerade nicht installieren konnten, aber danach dann hoffentlich. Also starten wir mal das Service Pack 1 hier. Und ja, dann muss man hier gar nicht viel machen. Einfach auf Weiter klicken. Computer wird vorbereitet und das Service Pack wird dann installiert. Automatisch neu starten können wir aktivieren oder nicht aktivieren, je nachdem, wie es einem beliebt. Gut, ja und dann wird das Ganze jetzt installiert. Da sprühen wir jetzt vor, weil das dauert jetzt tatsächlich ein bisschen. Installation ist jetzt durchgelaufen. Service Pack ist installiert und jetzt müssen wir den Rechner noch neu starten. Das kennen wir ja im Prinzip von Windows 10 und Windows 11 auch. Jetzt wird das Ganze dann abgeschlossen. Warten wir mal ab. So, jetzt wird es spannend. Service Pack 1 ist installiert und jetzt können wir das Update hier installieren. Was eben vorhin noch fehlgeschlagen ist. Jetzt kommt auch hier die Meldung, dass das Ganze jetzt nicht mehr, also dass es passt. Kann das Ganze jetzt installieren jetzt hier. Dauert jetzt nur ein bisschen und dann, ja, dann wird denke ich auch wieder ein kleiner Neustart fällig sein. Wie so oft. Installation abgeschlossen. Jetzt neu starten. Da sind wir wieder. Update installiert. Neustart durchgeführt. Und jetzt wird es spannend. Wir öffnen das Windows Update. Suchen wieder nach Updates. Und das Erste, was jetzt hier auffällt, ist, es dauert schon mal länger und es kommt nicht gleich eine Fehlermeldung. Ja, und man sieht, er zeigt jetzt hier Updates an. Wir können die installieren. Jede Menge Updates gibt es jetzt hier. Und ich kann mich daran erinnern, dass jedes Mal, wenn ich Windows 7 irgendwie mal neu installiert habe und dann alle Updates durchlaufen lassen habe, ja, dass das ziemlich lang gedauert hat. Ja, das hat sich bei Windows 10 und 11 so ein bisschen verbessert, weil es da, naja, nicht mehr die einzelnen Updates gibt, sondern Update-Pakete. Und, ja, aber zumindest bekomme ich da zumindest den Stand jetzt wieder hin, um eben auf den Stand von Anfang 2020 zu kommen und habe dann zumindest diese Updates dann installiert. Ja, so funktioniert das Ganze. Ich habe das Ganze jetzt hier in VirtualBox gemacht. Natürlich funktioniert das dann auch so ganz normal an einem PC. Und ich habe das Ganze, wie gesagt, hier auch beschrieben. Den Link zu diesem Artikel packe ich unten mit rein und da findet ihr dann auch in dem Artikel die Links zu den jeweiligen Update-Paketen und könnt die dann da herunterladen. Gut, das war es dann auch schon. Und in diesem Sinne sage ich Tschüss und wiedersehen. Euer Andy vom eKiwi-Blog.